Das ging dir jetzt einen Tick zu schnell? Kein Problem! Du kannst jetzt in Ruhe unterhalb vom Video die ganzen Street Art Bilder anschauen. Da findest du auch noch ein paar mehr Bilder dazu und zu jedem Street Art Bild haben wir natürlich auch noch ein bisschen Text geschrieben, wo wir die Street Art Richtung erwähnt haben, den Künstler und auch über das Land oder Stadt der Künstler kam. Was auch sehr interessant gerade zu sehen ist, sehr sehr gute Street Art Künstler kommen zum Beispiel gerade aus Polen, UK oder auch Brüssel. Das ist auch der Punkt, warum das eigentlich so schwierig ist. Wir haben zwar eine sehr gute Vogelperspektive was angeht, so diese Street Art Richtung und wo sich langsam diese Perlen herauskristallisieren, aber auch wir können nicht überall gleichzeitig sein. Und da hatte ich diese Idee, euch einfach zu fragen, hast du Lust, Trendsatter zu werden? Sprich, nutze einfach hier unten die Kommentarfunktion und wenn du irgendwo die Connections hast zu einem coolen Street Art Künstler oder einfach nur coole Bilder online oder auch im Reel draußen gesehen hast, dann poste uns den Link den Künstler oder irgendwas, was uns darauf aufmerksam macht, dass da draußen eine Perle schlummert, in die Kommentare und dann werden wir das in Ruhe recherchieren und wenn da drunter wirklich diese Perle ist, dann wird dieser Künstler auch in diesen Artikel jetzt hier erweitert mit seiner Street Art und Kunst und Bildern alles drun und dran und du als Street Art Künstler und du als Trendsetter wirst natürlich in den Artikel erwähnt und auch verlinkt oder vielleicht machen wir auch mit einem Interview mit dir dann. Das müssen wir schauen, wie wir das machen, aber auf jeden Fall wirst du erwähnt und verlinkt. Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, schaut euch in Ruhe die Street Art Bilder an und bildet euch eine Meinung, schreibt uns eure Feedback, ob es euch gefallen, ob ihr vielleicht das besser könnt oder wie gesagt, wenn ihr Trendsetter sein möchtet, nutzt die Kommentarfunktion, um zu sagen, hey da draußen gibt es das und das und verlinkt das und wenn was dabei ist, wo wir sagen, das ist wirklich eine Perle, dann seid ihr unser Trendsetter. In diesem Sinne viel Spaß mit den Bildern und euer Fernsebiest.